Und hiermit herzlich willkommen zu Captain Toad Treasure Tracker mit den Bonusleveln. Heute Super Mario Odyssey Lander mit die Pyramide im Wüstenland. Wenn ich die Bonuslevel auf 100% mache, weiß ich noch nicht. Ich weiß zumindest, dass es hier kein... ...Pixel Toad gibt. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Jetzt auch nicht besonders viel. Kann ich so abwehren? So. Und schnell da rein. Und dann komme ich hier hin. Okay. Hoppala. Ich kann da rein. Aber nicht weiter. Okay. Aber da komme ich lang. Oingala. Nee. 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 Autschi. Ach Mist. Ich halb ein Kleister. Ja, jetzt kann ich alles nochmal von vorne machen. Ich halb ein. Ach. Ich halb ein. So, weg mit dir. Kann ich hier was noch machen? Ne, okay. Was hab ich jetzt gemacht? Achso, kann ich auch die Kamera drehen? Faszinierend. Faszinierend. Okay. Ach Mist. Ach Mensch. So. Komm weg mit dir. Da unten ist noch einer. Was soll ich denn da? Achso. Ah, okay. I see. Da kann ich auch lange. Scheibenkleister, Mann. Hä? Was soll ich denn da reinkommen? Oh ne, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder vor... Er wollte mich verarschen. Ja, was ist jetzt bitte... Hallo? Dankeschön. Okay. Wir sind kurz vorm Ende. Zumindest gibt's da schon den dritten... Mann. Oh, Mist. Das ist grad nicht... Alter. Tot. Alter, mein... Hallo. Wie ist da Steuerung los? Hallo. Alter, meine Steuerung ist komplett am Arsch. Schau mal. Kann man auch noch benutzen? Oh, oh, nee. Ich brille schon an die Läden gerade und jetzt muss ich da drauf werfen. Oh, was? Ah, es hat ja wunderbar funktioniert. Oh, die Pyramide bei Nacht. Oh, es gibt wirklich Odyssey-Feelings. Hui. Oh, ich bin wieder groß. Dankeschön. Hey. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. So. Okay. Macht das mal bitte kaputt. So. Okay, schafft. Du-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. So, Lohrumpfad im Kaskadenland. Oh ne, nicht schon wieder sowas. Nö, 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 nö! Was ist das? Oh Gott, ich habe das noch gekriegt. Ich habe so viele müssen da gelassen. Lass dich raten, alle müssen einsammeln. Da ist der nächste Mond. Das war ein schnelles Level. Und was war die Sonne? Ey, wegen Neumünzen nochmal machen? Okay. Gut, ich habe mich auch manchmal ziemlich langsam agiert. Ja, wir sind da oben noch ein bisschen. So. Egal. Nein, nein. Oh, nee. Nicht schon wieder. Oh, Gott. Das ist ja echt mies. Boah, ich glaube, es sind schon wieder keine. 320 Münzen. Das ist sogar noch weniger. Äh, Neustart. Das sind ja sogar noch weniger. Boah, hier 100% zu kriegen. Boah, das wird schwierig. Da darf man ja nichts verpassen. So, da habe ich schon mal alles erwischt. So. So. Hier, das sieht doch schon mal besser aus. Das reicht auch schon wieder nicht. Sogar noch weniger. Ich glaube, das ist so eine Aufgabe, aber das mache ich auf Screen. Da unten haben wir nur fünf Münzen. So, das Stromkraftwerk im Cityland. Unsere letzte Aufgabe für heute. Ach ja, so schön. Kann ich hier rein? Tatsache. Nochmal schlafen legen. Oh, er ist der Diamant. Okay. Das ist schön. Wir kommen auch hier rein. So. So. Erstmal hier lang. Und dann geht's auch hier lang. Konzentration. Was könnte hier die Sonderaufgabe sein? Können drei überschärf. Wird wahrscheinlich alle Gegner besiegen. Also in the Midsoul Zen Odyssey. Let's see. Das ist doch. Nee, boah, wie ich da einfach reingeflogen bin. No. Ach, der Speicher zum Glück. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal neu machen. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt sind noch meine ganzen Münzen weg. Oh, das ist doch Blasto. So. So, jetzt Konzentration. So. 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 Und weg mit dir. So, wir können hier lang. Wie gehe ich die denn daun? So. 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 Nein, nein. Noch Belastung. Okay, das wird ein bisschen anstrengend. Okay, ich muss warten, bis da oben am Gebäude ist. Nein, ich habe... Boah, ich hasse das, wenn ich es nicht so möchte, wie ich es will. Ich weiss, ich muss da drauf. Dankeschön. Nein. Hier ist aber nichts, außer vielleicht Münzen. So komme ich da hoch, okay. Boah, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Och man. Ganz weg, wieder nach oben. Oh Gott. Oh Gott. So. Ich kann hier lang und da ist eine Treppe, okay. Jetzt springst du da hin. So. Mist. Jetzt muss ich warten, dass er wieder kommt. So. Jetzt ist es mir real. Ja. Weil jetzt muss ich eh nur noch dorthin zum Mond. So ungewohnt jetzt statt sterben Mond zu sagen. Nein, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. So. Yay. Jetzt mal alles hier zupfen. So. Und die Sonderaufgabe war alle Gegner besiegt. Habe ich es? Gut. Dann muss ich offscreen jetzt nur noch die 320 Münzen sammeln. Dann geht es in der nächsten Folge mit der Chefcock im Schlemmerland weiter. Bis dahin. Tödolü. 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 Tödolü.